Servus Leute, was geht? Heute ist immer weiter ein Video auf meinem Kanal. It's me. Heute das legit Thema. Danke für den Kommi. Kuss geht raus. Ja, der Kommi war, was ist Käse? Kannst du mal ein Video darüber machen? Na, Sigi, mache ich ein Thema über Käse, Digga. Was ist Käse? Käse ist ein fettes Milcherzeugnis, das bis auf wenige Ausnahmen durch Gerinnen aus einem Eiweißanteil der Milch dem Käse gewonnen wird. Ja, niceness, Alter. Holy shit. Ja, das wird dann sozusagen, ich weiß es nicht genau so, aber ich denke mal, so ist es. Es wird zusammengepresst und dadurch wird halt mit den Eiweiß und den anderen Stoffen ist dann so eine Bindung drin und dann ist das Ganze fest wie so Quark oder so. Da ist ja auch dann ein bisschen Wasser drin, Milch und so. Und die Eiweiß und Fett ist da ja auch alles drin. Und es ist einfach, es ist das älteste Verfahren zur Haltbarmachung von Milch und deren Erzeugnisse. Das neudeutsche Wort Käse. Holy shit. Ja, heute wird auch der Ventilatorgewinner preisgegeben. Kuss und Grüße gehen raus an dich, Bruder. Du hast ihn gewonnen. Ich werde dir nicht sagen, wegen Privatsphäre. Ihr wisst Bescheid. Nein, Spaß. Der Doppel hat gewonnen, Ehrensupporter. Kuss geht raus. Ventilator wird vorbeigebracht, wird geschickt. Boah, ist schon ein bisschen im Kontakt. Die Stars, ihr wisst Bescheid. Auf Zwinker war es, auf Zwinker war es. Ja, dann würde ich sagen, englisches Wort auch Cheese. Man kennt ihn. Es gibt verschiedene Arten von Käse. Camembert, Gouda, Schweizer Käse. Dann gibt es noch den Schimmelkäse. Weil das nicht so nice ist. Der sieht ein bisschen gammelig aus. Und dann gibt es noch andere nice Käsesorten. Das war so ein Video. Lass ein Like. Abo da. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.